. Durch die Unterlippe, den Zahn abgeballert und hier nochmal so raus. So eine Feder. Du musst doch gleich ins Video machen. Leichte Gehirnerschütterung, alles. Durch so eine kleine Feder. . Krieg dein Karacho, mein Fahrer. Junge, wir sind hier. Wo hast du die Steine versteckt, Traumboy? Nicht jeder vertickt hier Drogen. Ist mir scheißegal. Wir sind das LAPD. Ich bin hier der einzige Gangster. . 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 der rolling mobs am stüssel wollten nur nicht dass die bullen uns anhalten hast du es gar nicht gesehen auf den anderen streifen die haben irgendjemanden verkehrskontrolle angehalten ich sehe nur polizei blabla dann habe ich das gegeben besser ist es weil die schon so eklig geguckt haben als würden die uns wieder nerven vom dinge her man sieht da eine lackierung im dog immer so schlecht da wir nur nachts unterwegs sind musstest du da eigentlich eine vollbeleuchtung einbauen ja mal der mark rider wo sieht richtig geil aus ja im sonnenlicht sieht das richtig gut also wenn sie richtig so kurz vor sonnenuntergang und die strahlen intensiv sind kurz bevor die sonnenuntergehen was hat er hier gestartet ja mein anderer war das ist der polofahrer oh oh er ist im video oh oh ganz schlecht war schon im fernsehen mach ich nur noch das war es auch noch nicht mit dem schön mit dem ich habe das war wichtig ich habe das war für mich aus Was ist das Leben oder was? Ja, war gut, aber normal. Doch, Mann. Jetzt haben wir eine Straßensperre nach Mars. Das ist Stoff! Das ist Stoff! Warum in der Entspannungsphase? Weil gerade in der Phase... Fick dich, Boll, fick dich! Ja, mach mal die Shisha an, mach mal die Shisha an, mach mal die Shisha bitte an! Bitte mach die Shisha an, dann muss ich dich am Hals wirken! Oh, Spaß! Oh, das ist mir wirklich schwindelig! Schwindelig! Peng! Da hab ich schon das Bild! Was ist das da? Blaue Chips! Blaue Chips! Blaue Chips! Willst du deine Nahten noch recht? Bin ich jetzt um 14? Ja! Was hat der für Geschmack? Kuchen Geschmack! Was mixt du da? Mix the world and... Exotic Breeze! Wir gucken mal, ob jemand am Start ist. Im Online-Modus. Der muss doch immer nerven, Boll! Der kann ja nicht einmal in Ruhe ne Shisha machen, dann... Kann ja nicht einmal in Ruhe ne Shisha machen, dann... Hast du den armen Boll immer nerven? Ja! So, wir sind jetzt doppelt online hier quasi! Quasi hier und hier! Der arme Boll, man hat den penetriert. Der armen Boll, man hat den penetriert. Der armen Boll, man hat den penetriert. Eddie, 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 zwei Fragen an dich. Wo ist Chris? Und wo sind die Millionen?